Ja hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo, denn ich möchte euch gerne ankündigen, dass wir morgen einen Livestream an Silvester machen. Um 18 Uhr geht es los auf philippts185, Link ist natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Wie ihr schon hört, wir, denn ich mache den Stream nicht wie üblich alleine, sondern ich habe einen sehr netten, sympathischen Gast aus meinem engen Freundeskreis eingeladen, und zwar ist es der Sascha, den er auch schon aus vielen Livestreams kennt, der immer diese netten, tollen, lustigen Ansagen macht und er wird mich begleiten und wird erstmalig bei mir OMSI 2 mit Lenkrad spielen, weil er es zu Hause leider nicht hat und auch mit Schaltung, damit es schön herausfordernd ist und ich denke mir mal, er wird dann auf Tetau fahren, schön mit einem M1-ÜL oder U407, mal schauen, ob er im Winter bei strengsten Winterungsverhältnissen mit Sturm fährt, aber das lasse ich ihn dann entscheiden. Und was wird noch in OMSI gefahren? Unter anderem auch Gladbeck 2016 wird gefahren, dann X10-Add-On, wieder einmal, dann vielleicht auch noch Römerberg mit dem Gletscherexpress von Römerberg-Zopp bis nach oben auf den Gipfel. Was habe ich noch geplant für diesen Livestream? Auf jeden Fall Train Simulator 2016, die Salzkammergutbahn in die andere Richtung, dann Berlin-Leipzig, dann vielleicht Projekt Freiberg, habe ich drauf, ja, habe ich drauf, sehr gut. Und Rodachtal beim Plus mit der M628 oder Stahler GTB 2.6. Also wir werden uns dann auch abwechseln im TS, also mal fährt er, mal ich. Und genau, bei OMSI 2 habe ich natürlich noch Gärten vergessen. Gärten, nette, schöne Karte, wird auf jeden Fall auch gefahren. Also der Sascha wird jetzt nicht nur Teta fahren, der wird auch andere Karten fahren. Also wie gesagt, immer im Wechsel, mal ich, mal er, damit es auch noch Abwechslung ist. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, wir machen den Livestream, weil wir euch gerne auch die Wartezeit verkürzen möchten. Und ich ist auch mein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr mich wieder das Ganze ja unterstützt habt bei den Videos, immer Kommentare geschrieben habt und es kamen viele neue Abonnenten hinzu. Und ja, wie gesagt, alle natürlich, die alle, an die nicht zuschauen können, können letztendlich auch demnächst auf YouTube ansehen. Ich werde das demnächst mal schneiden, den anderen muss ich ja auch noch schneiden, das wird ja auch noch viel Arbeit vor mir. Aber das kommt auf jeden Fall alles noch. Keine Angst. Und für alle, die nicht zuschauen können, wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016. Hoffentlich, dass alles dann glatt laufen wird im neuen Jahr. Hoffen wir mal, jedes Jahr ist mal besser. Mal schauen. Und ja, ich freue mich sehr auf morgen. Wir freuen uns sehr auf morgen, der Sascha und ich. Und dass morgen viele einschalten werden und sich kaputt lachen können. Und ja, wird auf jeden Fall morgen sehr lustig werden. Wir freuen uns morgen auf euch und ich wünsche euch allen schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr für alle, die nicht zuschauen können. Aus vielen Leihgründen. Nun denn, bis morgen dann und tschüss. Morgen 18 Uhr, Philipp TS 185. Link unten in der Videobeschreibung. Also Leute, macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal.